So, willkommen zurück, nach dem Cut. Ich habe hier was zum Essen gefunden. Ist es was zum Essen? Jonathan, wo bist du? Ich habe auch noch meine iTunes-Geräte, die mich rumgepillt. Was machst du da für einen scheiß Sound, Alter? Mach mal die Musik aus. Mein Klopter, du hast gesagt, ich zerstöne mich. Ja, aber mach dich nicht so laut, weil sonst fühle ich dich nicht. Jo, und wieder willkommen zu mir. Ich habe unser altes Haushalt. Warte, hast du die Monster weg? Ja, ich habe sie gekillt. Okay, ich bin da. Wir können so wenigstens unser... Hast du meine Axt, oder was ist das? Richtig, richtig geil gemacht, Jonathan, also. Ich dachte, das funktioniert. Ich habe nicht gerechnet, dass da so schnell in die Luft fliegt. Ja, doch, die haben doch diese Dinger gemacht. Dankeschön. Ich brauche Holz mal, verdammt. Gib mir Holz. Baue Holz ab und gib es mir. Und unsere Crafting-Box ist auch weg. Gib mir mal die Axt mir, Joni, die Holzaxt. Dankeschön. Gib mir mal die Holzaxt, ey, verdammt. Das nervt mir mal die Holzaxt. Geh mir mal mal einen Stein wieder hier. Geh mir mal mal einen Stein wieder hier. Ne, der gehört jetzt Mühe. Ach, da, man holt halt nicht. Ey, Joni, du nimmst immer... Da hast du auch deine Stickies. So, endlich. Ja, toll, die hättest du auch in den Arsch stecken können. Spider, Murphy Game, ha ha, lustige Witz. Was ist? Spider, Murphy Game, und Creeper Mar. Jonathan, wie wäre es, wenn wir uns jetzt aufteilen, weil ich weiß, wie werden wir wieder fehlen, wenn du... Oder ich, ich schnell rübergehen und, äh, Kohle suche. Soll ich schnell, oder willst du? Ja, ich baue uns ein Haus aus, äh, in der Erde. Okay, du baust uns ein Haus und ich suche Kohle. Und hier sind weit und breit viele Berge zu sehen. Ich mein, schaut euch das an, ne? So viele Berge. So, da ist einer. Na, wo ist eine Spinne? Da, da, Spinne. Bis zum Glück noch, ne? Weißen-Spitz-Appe mit mir, ich hab dir noch, du findest eine Übung. Ja, gibt ja. So, tödlich. So, tödlich. Kommst nicht mal sterben? Danke, gib mal eine. Warte. Hier, damit du dich verteidigen kannst. Dankeschön, Jogi. So, jetzt kommt bloß her. Und du mach mal unser Haus, ja? Ja, so. Ich kann ja jetzt hier rennen, ja? Ja, kann ich. Das tödlich. Es passt. Der Erlungen. Da sind voll die Ding. Ich brauch Kohle, Kohle! Kohle, Kohle ? Ja, nee. Ich verstehe nicht. Allender. So, wir gehen immer zurück. Kohle-Kohle-Kohle. Kohle-Kohle. Hm, ich brauch Kohle. Kohle-Kohle. ich brauche Kohle, verdammt soll ich mich in den Berg klammern, Juni? ne, geil jetzt wenn ich Kohle brauche, gibt es keine Kohle, bestimmt hier gibt es keine Kohle, 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 Kohle gibt es doch eher, ich will zurzeit keine Kohle mahnen Kohle, 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 Kohle ich will auch Kohle mahnen, verdammt ich schau mir den Himmel auf, ich seh die Sonne, ich dachte die Sonne ist da oben na, um zu Hause muss bald fertig sein ich hab noch immer noch keine Kohle Kohle ja, gefunden weißt du was? Kohle, ja Kohle, 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 Kohle wir sind zwar Fans von Kronk, aber wir müssen jetzt nicht Kronky zu gehen, ja? fuck you, Simon, fuck entschuldige, Kron, alter komm nicht gut bei Youtube bei mir aber schon ich hab ziemlich viel Kohle gefunden, ne? du musst mich verarschen ich hab hier voll viel Kohle gefunden, Juni freudig ja das Haus können wir dann schön ausleuchten so, eh Kohle, 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 Kohle cool, 13 Block Kohle extrem viel, ne? äh ich glaub mal ein bisschen weiter nach hol na cool, ich hab hier Quiche-Dingens gefunden, wenn man was sagen soll, ne? ach komm mal, die Waffe, ich geh jetzt da ich denke, es wird erstmal reichen, ne? ja, ich mach mich mal auf den Weg zurück und ich hab auch ein paar Steinis, die Steinis kann ich dann geben und ich hab Hunger, Jonathan ja, das war's äh, ich mein, in Minecraft, die Depp ich auch sonst, ja, ich hab dir ein Schwert gegeben, kannst du gleich was zu offen bringen ja zum Essen Schweini, wo bist du? jetzt, jetzt gibt's hier keine Tiere ah, Schweine jetzt will ich das Schweinebraten, obwohl ich ne Drücke bin, aber egal uh, uh uh, Steaks oder, was kommt aus dem Schweine aus Steaks? äh Steak ich hab mir ein Steak mitgebracht, soll ich die auch ein Steak mitbringen? mehr nett und ein Steak cool sogar, es gleich zwei vielleicht treff ich ja noch ein Schweinsschmal zwei 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 hör sorry ich geb den Lebensschmal einen Park hochgeladen wo sein Mann hat so abgesperrt ich bin noch ein bisschen Kuhle 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 und du musst dich was noch nicht haben wir noch eine Prozent und nicht gehen Kuhlern wieder schon in der Strecke stand es sein Kuhl auch so dass ein Fehler Das ist auch cool.